Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem neuen Part von Let's Play Dragon Ball Fighter Z Meine Damen und Herren, yeah wir sind schon wieder hier bei einer neuen Aufnahmesession live auf twitch.tv Let's Play eGamer und wir schauen mal wie das hier mit dem guten C16, C18 und C17 so weiter geht Es wird auf jeden Fall spannend, der Bosskampf ist heute hier Tenching Han Oh, es könnte interessant werden Also ich habe 20 Züge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okay, dürfte eigentlich alles soweit passen Dann mache ich einfach mal, ne, erstmal hier gegen Hapa Hapa Etwas für Papa Hapa Nappa Hapa Egal Also lange kann es ja nicht mehr dauern eigentlich, ne Weil ich hau ja hier schon ordentlich rein Ey, Bruder Hapa Hapa Mein Papa Nappa Komm her Junge Nappa, was ist los? Alter, Bruder Was ist los? Ein bisschen hardcore, ne? Findest du dich auch? Junge Was ist los? Komm, C18 muss ran Nein So, tschüss Schöne Kombo Und tschüss Das war Nappa Also mit C18 komme ich super klar Nur nicht mit Dings Mit dem guten C16 Der ist mir einfach zu behäbig Oh, scheiße Das habe ich einmal nicht aufgepasst Ja, nice Komm Ja, sauber Schöne Ulti Sehr, sehr nice Ja, hat doch super funktioniert Macht 53 Schaden, ey Also eine 53er Kombo Das ist schon krass Und tschüss Ja, Pech, ne? Mit mir legt man sich nicht an So Schon mal, ne? Wirst du ja schon mal bescheiden Für den Online-Modus Oh, ho, 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 ho So Der gute Jamschuh, oder? Erstmal Freezer-Mieser Komm, wir gehen erst mal hier auf Freezer-Mieser So Geh down Jawohl Bruder Die Bruder Was ist los? Ey, Junge Komm mal klar, Freezy Mach nicht diese mit mir So Witt, tschüss Nice Und tschüss Herrlich Komm, immer aufs Fressbrett Komm Wir sind doch stark, oder? Junge Was ist denn los? Also wirklich, Freezer Du musst dich doch deinem Schicksal ergeben Und tschüss So Das war's hiermit, ne? So Zack Die Kombo weitergeführt hier Weggejiggelt Oh, scheiße Nice Kann man machen? Sollte man machen? So C18 hier am Start Nice Level 5 Nein, Level 1 Ulti Nice Und tschüss Eine einfache KI-Bombe Sehr schön Kann man machen Mh, das Herzensverbindungs-Event wurde aufgelöst Okay So, jetzt mal eben überlegen Ja Geh ich doch jetzt am besten Hier lang Wusste ich Konnte nur so passieren Dass da so ein Buh kommt So, Nappa Habe ich die Schwierigkeitsgrad So einfach gestellt? Ich habe keine Ahnung Egal Dafür ist der Online-Modus ja richtig knackig Und außerdem habe ich mir auch sagen lassen Hier ist noch ein Modus drin Mh, der soll auch richtig hart sein Also von daher Schauen wir mal Bruder So Achso, für Nachschub ist im Übrigen auch gesorgt Ich habe ja den Season Pass Von daher haben wir da auch alle Kämpfer Die da noch kommen werden Ruhe jetzt hier Meine Güte Manchmal, ne? Kann doch nicht wahr sein Oh, tschüss Oh, schöne Kombo Nice, Alter Schön, weg mit dir Und Und das mit C16 Okay Oh, oh Nix Da war kein Bock drauf Tschüss Hau ab, Vegeta Du kannst nix Du bist ein Nichts Und jetzt bist du tot So ein Pech Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Alter, was ist los? Enrage an und ab dafür. Alter, was ist los mit dir, hä? Hä? So, tschüss. So, komm, 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 komm. Nein. Mist, Mann. Hätte ja klappen können. Bullshit, komm mal, klar. Oh, tschüss. Hehehe. Hey, hast du jetzt halt leider mal Pech gehabt, Goku? Und das war's, Prunks. Gegen dich haben wir persönlich was. Wir haben ja geschichtsmäßig da. Haben wir ja eine kleine Fede, ne, durchaus. Also von daher, Pech gehabt, mein Freund. Und tschüss, Prunks. Hahaha. Sehr gut. Kann man machen. Na, dann komm, Herr Zell. Du, dich mögen wir auch nicht so ganz. Also, von daher. So, chill, Bruder. Chill. Na, nein. Jetzt hätte ich das Schild machen können, aber egal. Und Whams. Kannst ja gar nichts, die Flasche. Hahaha. Oh, nice. Und ich wieder Gesundheit dazu bekommen. Nice. Sogar voll. Dann wollen wir mal... Oh, da ist sogar jetzt Piccolo. Aber ich wollte ja erstmal den normalen Weg gehen. Also. Jamschu. Hahaha. Nice. Und tschüss. Geh weg. Sehr gut. Nice. Da wollte er mich gerade attackieren. Ich habe ihn richtig gut aufgehalten. Nice. In der Luft auch noch. Das wird immer besser. Sehr cool. Und tschüss. Grelin. Nix hier. Ey, scheiße, Bruder. Das stimmt mit dir nicht. So. Tschüss. Ah, alter. Nice. Oh, schade. Ich hätte ihn in der Luft schicklen können. Nun gut. Dann machen wir es halt so. Deine geliebte C18 haut er halt aufs Maul. Ist mir doch egal. Oh, tschüss. Und Whams. Sehr gut. Kann so weitergehen. Und Gelnü. Gelnü. Von The Gelnü Force. Scheiße. Ja, lass mich halt. Lass mich halt ja nicht aufladen. Du blöder Penner, alter. Was ist los mit dir, Gelnü? Nice. Sehr schön. Enrage an und ab geht die wilde Fahrt. Oh, Schaden, alter. Wir machen so einen krassen Schaden gerade. Nice. Dann hat er aber Pech gehabt, der gute Gelnü. Selber schuld, wenn er mich aufladen lässt. So. Der gute Majid Boo. Los geht's. Also, los geht's. Kommt sofort Enrage an. Und ab dafür, Bruder. Oh, oh. Scheiße, Mann. Was ist los hier mit dem Grabbidi-Bab? Tschüss. Zack, nochmal. Jawohl, nice. Du Scheiße, ich hab auch noch immer Angst. Dann haben wir ihn so vernichtet. Das ist sehr gut. So kann's ja weitergehen. So, dann machen wir mal hier. Piccolo. Wurde Krelin nicht... Ah, nee. Ich dachte gerade, Krelin wurde auch schon mal von Piccolo durchbohrt. Nein, aber das war einer seiner Schergen, den er damals ausgekotzt hat, als Oberteufel. Und die Höllenspirale hat nur Guko abbekommen. Genau. Nämlich im Kampf gegen Raditz, den Brangball Zett. Ey. Was los? Nee. Nee. Oh, böse. Was los? Alter. Nee, jetzt komm mal klar, okay? Ich hab den Maginda besiegt. Also, bitte. Nee. Lass es. Oh, das ist eine normale Attacke. Okay. Cool. Sehr schön. Komm schon. Mist. Er weicht dem immer aus irgendwie und ich weiß nicht wie. Bruder. Komm, wir können das auch anders machen. So zum Beispiel. Und... Webs. Nice. Boah, auch noch getroffen. Sehr schön. Oh, scheiße. Mist. Ey. Gerade eingewechselt, weißt du? Ist klar. Bruder. Das ist deine Frau. Oh, hier. Hier. Enrage an. Und ab geht's. Ja, Mann. Nein. Oh, bin nicht getroffen. Nein. Scheiß mal, Seko, Alter. Du gehst mir aber auch auf den Keks damit. Muss ich dir mal sagen. Das ist ja furchtbar. Oh, tschüss. Ich kann auch anders kämpfen, Bruder. Oh, tschüss. Kein Bock mehr. Was ist los hier? Oh, der kleine Zwerg. Ja, nice. Ich mach mir aber auch echt immer in die Hose, ne? So. Tenching Han. Los geht's. Ich mein, wir kommen ja wirklich gut durchs Display durch, ne? Also, wir hatten noch gar nichts, wo wir sagen konnten, okay, hier häng ich jetzt fest, ne? Also, dafür ist der Story Mode echt leicht. Hätte ich nicht gedacht. Oh, ja, weißt du. Ist echt leicht und ich krieg hier grad auf den Sack von Tenching Han. Alles gut. Und tschüss. Bruder. Was ist los mit dir? So. Schnauze. Und tschüss. Sehr gut. Zack. Trunks. Ja, nice. Die wollte ich noch eben machen. Dann auswechseln. Enrage an. Und ab dafür Trunks. Komm. Komm, kämpf mit mir. Jiggle. Ja, sehr gut. Ja, sehr, sehr gut, Mann. C-17. Oh, nice. Besser kann's ja gar nicht laufen. Also, das Schild hab ich unabsichtlich aktiviert. Gib ich ganz ehrlich zu. Oh, nice. Was für geile Kombos, Mann. Was ist denn da los? Das will ich gar nicht machen. Ich will eigentlich die andere Kombo machen, wo er mit C-17, wo sie mit C-17 auf Freezer läuft. Aber okay. Ich kann auch anders. Scheiße. Bullshit. Was ist los mit dir, Bruder? Gut. Meinetwegen mach halt da. Tschüss. Ich kann mich auch einfach teleportieren und dir in den Rücken ballern. Hab ich gar kein Thema mit. Nice. Stufenaufstieg. Awesome. C-21 benimmt sich seltsam. Versuche eine Verbindung. Das war's. Das war's für mich. Das war's für heute. Ich habe nicht gehört, aber... Anscheinend ist ja alles soweit ganz gut. Vielleicht sollten wir die Spezialangriffsrate eventuell durch KE-Füllrate ersetzen. Einfach mal gucken und dann können wir das ja noch immer umändern, wenn hier was schiefläuft. So, der gute Goku, wir haben wieder mal 20 Züge Zeit. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, alles gut. Nach wie vor habe ich jetzt hier irgendwas zu verpassen. Yeah, it's all nothing. Fight. Sehr schön. Wow. Cool. Nice. Einfach wegstoßen. Bruder, was los? Bullshit. Nice. Nee, ey, der wollte gerade zu einem... Oh mein Gott. Okay, die Kämpfe werden deutlich härter anscheinend. So, nice. C16 in Action. Oh mein Gott. Wow, nice. War auch irgendwie nicht geplant. Ich mache nur Sachen, die ich nicht geplant habe. Unglaublich. Bruder. Was los? Nein. Hör doch mal auf hier. Und tschüss. Bitte danke dafür. Tja, da ist er wohl leider down gegangen. Bin wieder fast geheilt. Nice. Ich habe halt wirklich gedacht, dass sich C16 beschissener steuern lässt. Aber so, es geht eigentlich ganz gut. Zweimal Vegeta-Weiße. So, Son Gohan gegen... Ne, gar nicht wahr. C16 gegen Ginyu. Na, komm. Wir grabben ihn einfach immer und dann passt es schon. Lol. Bruder. Nix. Junge. Hör mal auf. Dein Scheiß da. Alter. Unglaublich. Und Worms. Sehr gut. Was? Was? Warum? Das war alles nicht geplant. Ich kann nicht mit C16 umgehen. Ist furchtbar. Webs. Nice. Oh, C18. Auf geht's. Enrage an und ab dafür. Und tschüss. Jiggeln, jiggeln und weiter. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, Alter. Boah. Nice. Jetzt geht's richtig ab. Oh, scheiße. Oder halt auch nicht. Ist das schon gut. Brudi. Was ist los? Der nervt mich. So, ein ganz kleines bisschen. Jawohl. Nice. Oh, ho, 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 ho. Wie er kassiert. Oh, sehr awesome. Oh, mein Gott. Nochmal. Nein. Scheiße. Jetzt hat er sich geschützt. Bullshit, Bruder. Wow. Ich glaube, du haste wohl nicht mehr alle gehoren. Also wirklich. So. Dreckiger Klon. Okay. Vegeta. Are you ready? Fight. Sehr gut. Nice. Nice, 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 nice. Oh, du kriegst richtig auf den Latz. Oh, Bruder. Das ist aber sehr eklig hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das lass mal schön sein. Nix als Maula-Vegeta. Hehehe. Sehr nice. Oh, Goku. Du hast einmal schon mal die Red Ribbon an mir geschlagen, oder? Jetzt gibts aufs Maul, Bruder. Und tschüss. Wow, 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 wow. Scheiße, Mann. Was zur Hölle? Nix. Dann halt C18 ist mit der Latte. Nix. Enrage an. Und das war's. Oh, da. Tschüss. Leg dich nicht mit mir an. Oh, scheiße. Ich hab Piccolo vergessen. Dann bekommt er den halt rein. Kannst du nix mehr machen. Bruder, was los? Lol. Hat er mich grad runterge... Oh, alter. Bruder. Jetzt ist mal Schluss hier. So. Tschüss. Oh, ja, nice. In der Luft auch noch. Ja, ist ja sehr, sehr geil. Sehr nice. Ich find die Ulti ja richtig stylisch. Vor allen Dingen 53er Kombo. Nicht schlecht. Vor allen Dingen jedes Mal, ne? laid man. Ja. se